Tschüss, Papa! Viel Spaß auf Arbeit! Boah, krass, ey. Die erste Nacht alleine im Haus. Boah, ey, was ne geile Nacht, ey. Oh, Telefon, ey. Wie ist das denn? Hallo? Hallo, Sandra. Sascha, ich hatte doch gesagt, es lohnt sich nicht, wenn du heute vorbeikommst. Ich hab meine Tage. Ich bin nicht Sascha. Oh, scheiße. Hören Sie zu, ich wollte die Pokémon-Karten noch bezahlen. Die sind aussehen in meine Tasche gefallen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Oh, scheiße. Bitte sagen Sie meinem Vater nichts. Was ist dein Lieblings-Horror-Film? Bibi und Tina auf dem Reiterhof. Meiner auch. Guck mal aus dem Fenster. Ne Mülltonne. Weiter links. Ah, da bist du ja. Sandra, ich werde dich heute Nacht töten. Ha, du willst mich ganz allein töten? Na, das will ich sehen. Wer sagt denn, dass ich alleine bin? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ey. Ahnung, ey. Ahnung, ey. Ahnung, ey. immer weiter Sandra 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 Sandra. Ich bin jetzt Sandra. Hallo. Sandra. Hallo. Andreas. Andreas, warum hast du das getan? Nachdem meine Industrie und Obst für die Weltfirma pleite gegangen ist, hätte ich einen Grund dazu gehabt, mich zu erhängen. Doch ich war es nicht. Welches Monster hat dir das angetan? Oh mein Gott. Tante Frieda. Wieso hast du Andreas getötet? Wir hatten ein Date. Ich war bei Andreas zu Hause und habe ihn für das nicht aufgeräumte Kinderzimmer kritisiert. Danach ist er vollkommen ausgerastet und ich wollte... Das Kinderzimmer ist auch so, wie es ist. Ob dir das nun passt oder nicht. Ja, nun bleib doch mal ruhig. Lass doch nichts laufen, du oberer Zicke. Lauf, Sandra. Lauf. Es ist noch nicht vorbei. Lauf. 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 L Ich möchte ein Spiel spielen. Ich nehm jetzt die Maske ab. Du hast einen Mann extrem beleidigt. Ja, zu Recht. Er wurde dann so sauer, dass er dich verprügelt hat. Na endlich, hast du sein Handy, dann mach ich auf ihn an. Er hat dich so sehr verprügelt, dass du jetzt tot bist. Ach ja, dann hätte ich gern mal einen Beweis dafür. Jungs, sag mal, bist du behindert? So sehe ich jeden Morgen aus, wenn ich am Wochenende um sie immer aus dem Club geworfen werde. Ja, sie immer aus dem Club.